Eyo Leute, hi und herzlich willkommen zum neuen Vlog und zwar zum Heiligabend Vlog für euch am zweiten Weihnachtsfeiertag. Was geht? Ich sollte eigentlich seit 25 Minuten schon bei meinen Eltern sein, aber mir hat mein Bruder noch geschrieben und hat mich ganz zurück gemacht. Er will seine alte Playstation 3 wieder zurück. Okay, alles klar. Ich alles rausgesucht, angeschlossen und zu gucken, ob er auch alles tut, weil was bringt es ihm, wenn er eine nicht funktionierende Playstation hat? Jetzt habe ich festgestellt, geil, Controller geht nicht. Dann hat er gesagt, ja, bringen sie trotzdem vorbei und ich, naja, gut, alles klar. Und deswegen hat sich jetzt alles ein bisschen verzogen, weil ich halt rumprobiert habe, Controller zu verbinden, aber wir konzentrieren uns jetzt auf Heiligabend. Los geht's. Ich bin jetzt auf Heiligabend. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Man erkennt es ein bisschen, es schneit so leicht. Das ist doch schön an Heiligabend. Es war keine komplett weiße Weihnacht, aber es schneit ein wenig. Das ist schön. Ich finde es toll, dass es noch geschneit hat und wir so doch irgendwie ein bisschen weiße Weihnachten hatten. Das ist seit langer Zeit mal wieder. Ich glaube schon. Aber sehr, sehr schön. Gut, ich verabschiede mich aus dem Heiligabend-Vlog. Sagt wie immer, wenn es euch gefallen hat, positive Bewertung. Und auf dem Wege nochmal frohe Feiertage. Genießt die Freizeit, bevor es nächste Woche nochmal ein paar Tage losgeht. Und ja, kommt einfach gut für die Feiertage. Bis dahin. Alles Alex ist immer noch da. Immer noch mit seiner Velo-Kamera. Also lass mir mal bitte ein Abo da. Oder verschwinde. Ganz einfach. Kannst du hier links klicken oder kannst du auch hier rechts klicken. Dann kommst du zum nächsten Video oder auch nicht. Jetzt verschwinde. Ja? Ja? Fuh.